Im Mai kündigte die Türkei Pläne für eine neue Militäroperation zur Erschaffung einer Pufferzone entlang ihrer Grenze zu Syrien an. Sowohl politisch als auch militärisch bereitet sich die Türkei auf eine Invasion in Syrien und im Irak vor. Russland, das sich den Plänen widersetzt, ist in der Ukraine beschäftigt. Der Westen braucht die Zustimmung der Türkei, um Finnland und Schweden in sein Militärbündnis aufzunehmen. Und die türkische Wirtschaft steckt in einer Krise. Die Türkei könnte darin die Chance sehen, ihre Vorherrschaft in der Region auszubauen. Welt schrieb dazu, Zitat, ein Angriff der Türkei auf Nordsyrien scheint unmillbar bevorzustehen. Doch anders als bei früheren Invasionen kann Ankara nicht auf Absprachen mit Moskau setzen. Und der Iran wird Erdogans Machtanspruch nicht akzeptieren. Die Teils verheißen eine brandgefährliche Entwicklung, Zitat Ende. Der Iran und die Türkei streiten sich um Syrien. Eine biblische Prophezeiung zeigt, wie es enden wird. Psalm 83 spricht von einem nie zuvor dagewesenen Bündnis mehrerer Länder. Dieses Bündnis beinhaltet unter anderem die Türkei und Syrien. Diese Prophezeiung listet mehrere gemäßigte arabischen Nationen, aber auch Edom, die heute Türkei und Asur, Assyrien bzw. Deutschland, das unter anderem schon jetzt die Türkei mit Waffen beliefert. Dieses Bündnis richtet sich unter anderem gegen den Iran, aber auch gegen das moderne Israel. In Psalm 83, Vers 6-9 lesen wir über dieses Bündnis. Denn sie sind miteinander eins geworden und haben einen Bund wieder dicht gemacht, die in den Zelten von Edom und Ismail wohnen, Moab und die Hagariter, Gebal, Ammon und Amalek, die Philister mit denen von Tyrus. Auch Assur hat sich zu ihnen geschlagen. Sie helfen den Söhnen Lot, Selah. Hier sind die modernen Namen dieser Nationen, wie sie im Ambassador College unter Herbert W. Armstrong gelehrt wurden. Edom, die Türkei. Ismail, Saudi-Arabien. Moab, Jordanien. Hagariter, Syrien. Gebal, Libanon. Ammon, das ist auch Jordanien. Der Irak und der Iran kommen in diesem Psalm nicht vor. Und ganz klar, Ägypten ist kein Teil dieses Bündnisses. Aber obwohl dieses Bündnis niemals in der Geschichte zusammengekommen ist, sehen wir schon heute, wie sich einige dieser Nationen vereinen. Das englischsprachige Anchor Bible Dictionary beschreibt diese Allianz wie folgt. Längs Commentary führt an, dass die zehn Nationen, die hier als gegen Israel vereinigt aufgezählt sind, nirgendwo anders zur gleichen Zeit als alliierte Feinde für den Zweck, Israel zu vernichten, erwähnt sind. Zitat Ende. Und diese Prophezeiung erwähnt spezifisch ein Bündnis zwischen der Türkei und Syrien. Das kann darauf hindeuten, dass der Einmarsch der Türkei in Syrien das Land politisch in eine andere Richtung drängen wird. Die Türkei benutzt schon heute deutsche Waffen, um Syrien zu bedrohen. Aber schauen wir uns das Ziel dieses Bündnisses an. Werte 2-4 von Psalm 83 lesen. Gott, schweige doch nicht. Gott, bleib nicht so still und ruhig, denn siehe, deine Feinde toben, und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge, wieder dein Volk, Israel, und halten Rat, wieder die, die bei dir sich bergen und verstecken. Gottes Versteckte sind sein eigenes Volk. Inmitten dieser kriegsführenden Nationen beschützt Gott sein eigenes Volk. Das können Sie auch in Offenbarung 12-14 lesen. Die Feinde sind eine arabische Allianz, die im Begriff ist, die modernen Nachkommen Israels anzugreifen. Dabei handelt es sich in erster Linie um Amerika, Großbritannien und Judah, die kleinen Nationen, die heute Israel genannt wird. Die Bibel-Prophezeiung besagt, dass die Endzeit-Nationen von Israel ungewöhnlich, furchtsam und leichtgläubig wie eine törische Taube sein werden. Das können Sie in Hosea 7-8-12 lesen. Ihre Feinde nutzen ihre Schwächen aus, um sie zu vernichten. Hosea 5, Vers 5 Gott beschützt die Nationen von Israel nur dann vor schlimmer Gefahr, wenn sie gehorsam sind. Was sie aber in der Endzeit nicht sind. Dies wird ein betrügerisches Bündnis sein. In Psalm 83, Vers 5 lesen wir, Wohl an, sprechen Sie, Lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Ihr Ziel ist es, Israel völlig zu zerstören, einschließlich Amerika und Großbritannien. Die meisten Araber waren im Zweiten Weltkrieg mit Deutschland verbündet. Sie wussten, was Hitler gegen die Juden unternahm. Und uns ist bewusst, was viele Araber gegen die Juden empfinden. Da Amerika und Großbritannien die heutigen Juden unterstützen, ist es nicht schwierig, sich vorzustellen, dass sich die Araber und Deutschen gegen sie verbünden. Und diese Prophezeiung fügt sich in andere Endzeit-Bibel-Prophezeiungen sehr gut ein. Immerhin fordert Gott uns auf, die verschiedenen Bibelverse in Zusammenhang zu bringen, um die Prophezeiung zu verstehen. Das können Sie in Jesaja 28-13 lesen. Ist dieser Psalm mit dem, was Daniel in seiner Vision sah, eng verwandt? In Daniel 11, Vers 40-41 lesen wir, Und der König des Nordens soll gegen ihn wie ein Wirbelwind kommen, und er wird in das herrliche Land einfallen, und viele werden umkommen. Es werden aber seiner Hand einrinnen, Edom, Moab und der Hauptteil, der Ammoniter. Das Gebiet von Jordanien, hier als Edom und Moab bezeichnet, wird von diesem Angriff nicht betroffen sein. In Vers 42 lesen wir, Und er wird seine Hand ausstrecken nach den Ländern, und Ägypten wird ihm nicht entrinnen. Ägypten wird vom König des Nordens besiegt werden, höchstwahrscheinlich wegen eines Bündnisses mit dem König des Südens, dem Iran. Die radikale islamische Bewegung, angeführt vom Iran, ist in Ägypten und Algerien außerordentlich stark. Diese Religion wird wahrscheinlich sehr bald die Kontrolle über beide Länder übernehmen. Aber die Prophezeiung ist klar, Irans Einfluss in Syrien wird schwinden, und eine aggressive Türkei könnte dazu beitragen. Der Iran scheint im Begriff zu sein, eine Weltsupermacht zu werden. Sogar mit Atombomben. Jene Art von Supermacht, die siegen oder besiegt werden wird. Heute streiten sich die Türkei und der Iran um Syrien. Aber schon bald wird sich ein Bündnis gegen den Iran formen, der den Iran besiegen wird, wie wir in Daniel 11, Vers 40 lesen. Daniels Prophezeiung erklärt eindeutig, dass der Iran, Irak und Ägypten nicht dem Bündnis im Psalm 83 angehören werden. Und genau das sehen wir auch heute auf der Weltbühne. Um mehr zu erfahren, wie sich die politische Situation um Syrien abspielen wird, wer die Kriege gewinnen wird und welche Bündnisse sich daraus schließen werden, beantragen Sie die kostenlose Broschüre Der König des Südens. Diese Broschüre finden Sie auf unserer Webseite dieposaune.de Fragen und Kommentare können Sie auch gerne an info.at.dieposaune.de schreiben. Bogen Sie weiterhin die Welt, in der wir leben. Mein Name ist Josué Michels. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.